Ein Kompass als Zielnavigation im Kapitalmarkt. Nicht nur Logo, sondern auch Credo der Peter-Ulrich-Seemann-Vermögensverwaltung. Und Herrn Seemann begrüße ich an meiner Seite auf der 33. Haug-und-Aufhäuser-Vermögensverwalterveranstaltung. Schönen guten Tag erstmal und natürlich die Frage, Ihr Logo, das beschreibt doch die Unternehmensphilosophie bestens meines Wissens nach. Deswegen haben wir das Logo so gemacht. Ich bin der Meinung, dass das Logo sehr gelungen ist. Und ich glaube auch, dass wir mit der Zielnavigation im Kapitalmarkt einen Slogan haben, der für unsere Kunden sehr wichtig ist. Zielnavigation im Kapitalmarkt heißt, wir manövrieren die uns anvertrauten Vermögenswerte zielsicher, an den unsicher, an den Untiefen der Kapitalmärkte vorbei. Und wir streben dann den berühmten sicheren Hafen an. Das ist die Zielsetzung der Seemann-Vermögensverwaltung. Daraus ergibt sich für uns in der Geldanlage ein hoher Qualitätsanspruch hinsichtlich der Geldanlagen, hinsichtlich der Wertentwicklung dieser Anlagen und letzten Endes auch an eine vernünftige Rendite, die wir da mit unseren Kunden erzielen wollen. Wichtig ist vielleicht noch mal zu erwähnen, wenn wir über die Seemann-Vermögensverwaltung reden. Wir sind ein unabhängiger Vermögensverwalter. Das heißt, wir sind völlig frei von irgendwelchen Bankinteressen oder von Fonds, Kapitalanlagengesellschaften und deren Interessenlagen. Unsere Kunden, die mit uns zusammenarbeiten, bekommen auch ein attraktives Vergütungsmodell. Das möchte ich ja auch ganz kurz erwähnen, nämlich das Vergütungsmodell in der Gestalt, dass bei uns für diese Vergütung, die sie an uns entrichtet, umgekehrt die gesamten Aufschläge aus den Investmentfonds, die wir anlegen, diese kriegen wir ohne diese Ausgabeaufschläge. Und wir haben darüber hinaus auch die Chance, dass wir die Vertriebsprovisionen, die wir von Kapitalanlagengesellschaften bekommen, an unsere Kunden zurückgeben, sodass ein insgesamt sehr attraktives Vergütungsmodell entsteht. Die Frage ist natürlich, welchen Stellenwert haben Vermögensverwalter in der heutigen Zeit für den Anleger? Ich glaube, dass die Vermögensverwalter-Gilde noch guten Zeiten entgegensehen wird. Das ist so meine Gefühlslage. Schauen Sie, Vermögen ist eigentlich eine difficile Eingelegenheit, es gut anzulegen. Dazu brauchen Sie eine gewisse Erfahrung. Und Vermögensverwaltung darf ja auch nicht jeder machen. Sie müssen im Grunde genommen eine Zulassung bekommen. Sie unterliegen ab da der Deutschen Bankenaufsicht, der Sie regelmäßig berichten müssen. Und das ist schon ein gewisses Sicherheitsgefühl für den Kunden. Und das ist auch wichtig. Und unsere Kunden haben den Vorteil, die kommen zu uns, die erzählen uns was über ihre Risikoberatschaft, über ihre Anlegermentalität und geben uns Leitplanken vor. Und ab da bringen wir unser Know-how mit ein. Und dieses Know-how bedeutet, dass wir mit aller Erfahrung, ich verfüge über 30-jährige Erfahrung im Bankenbereich, die Kundenanlagen dann für den Kunden und interesseweckend für den Kunden auch darstellen. Ja und wo und wie legen Sie genau an? Naja, wie legen wir an? Zunächst einmal ist es mir wichtig, dass ich die Vermögenswerte meiner Kunden mit einer sehr breiten Streuung ausstatte. Breite Streuung bedeutet, wir kaufen Unternehmensanleihen, wir kaufen Aktien, wir kaufen Vorgesellschaften. Länderrisiken beachten wir, indem wir in verschiedene Länder investieren und natürlich auch in unterschiedlichste Währungen. Wenn man mal auf die Titel geht, natürlich sind wir im deutschen Aktienmarkt investiert. Da hat uns in der Vergangenheit, sage ich auch gerne, die Deutsche Post oder die Münchner Rückseil gut gefallen, mit dem Kundenwert dann abzustimmen, ob das für in die Zukunft dann auch passt. Aber das sind so Investitionen, die wir getätigt haben. Auch an den asiatischen, insbesondere im thailischen Aktienmarkt waren wir erfolgreich vertreten. Und in letzter Zeit haben wir auch in der Türkei Geld investiert. Das hat dazu geführt, dass wir im vergangenen Jahr bei einer Vielzahl von Anlagen zweistellige Zuwachsraten erzielt haben, was für unsere Kunden natürlich ein schönes Erlebnis war. Und auch dieses Jahr sieht es ganz gut aus. Wir sollten mal über das aktuelle Tagesbild sprechen. Zypern immer wieder ein Thema, natürlich was die Anleger bewegt. Welche Auswirkungen hat zum Beispiel das Thema Zypern auf die Anlage bei Ihrer Vermögensverwaltung? Ja, da muss man dazu vielleicht vorweg sagen, dass viele Bundesbürger natürlich in Staatsanleihen und in Bankeneinlagen investiert sind. Und das Beispiel Zypern zeigt und auch Griechenland zeigt eigentlich, dass diese Form der Anlagen nicht überall eine besonders sichere ist. Und dass natürlich Staatsanleihen durchaus einer Wertvernichtung oder einem Wertverlust unterworfen sein können. Und darauf muss man sich in der Geldanlage einstellen. Ich will jetzt nicht da irgendwelche Ängste schüren oder dass eine Gefahr für die Anlagen in deutschen Staatspapieren ist. Aber ich möchte auch mal darstellen, dass man nicht glauben sollte, dass Staatspapiere und Bankanlagen immer 100 Prozent Sicherheit gewährleisten. Und darauf stellen wir uns mit unseren Anlegern ein. Also Bankanlagen mit einer gewissen Risikohaftigkeit behaftet, sagt Peter Ulrich Seemann von der Seemann Vermögensverwaltung.